Ich war auf dem Konservatoire und dann wurde ich Geiger in L'Orchestre de Paris. Jetzt, nach dem Krieg, kann ich nicht mehr. Sie wollen nicht mehr spielen? Ich höre die Noten nicht mehr. Abends spielte Franz uns oft auf seiner Geige vor. Er war kein großer Musiker, aber er spielte von ganzem Herzen. Sie haben jetzt das Gefühl, dass wir hier nicht mehr spielte. Sie sind hier, dass wir nicht mehr spielten, wenn wir jetzt hier nicht mehr spielten. Sie haben immer sehr viel Spiele, dass wir nicht mehr spielten. Sie haben versucht, dass wir nicht mehr spielten. Er hat Blumen auf sein Grab gelegt? Ja, Rosen. Wissen Sie, wer das sein könnte? Nein. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Sag nichts, Hans. Er kommt seit zwei Tagen zu dem Grab von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich. Oui. Pensez à lui toujours. Comme un brèche, l'oblire. Ich bin froh, dass er da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber er wird weggehen. Dann werden wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten, ja? Du bist jung und schön. Versäume diese Chance nicht. Mon fils est un garçon fragile. Il ne faut pas le tormenter. Ce n'est pas moi qui tormente votre fils, madame. C'est Franz. Was würde die Wahrheit bewirken? Noch mehr Schmerz. Noch mehr Tränen. Was empfinden Sie für diesen jungen Franzose? Ich weiß nicht mehr. Was will ich nicht mehr? Untertitelung des ZDF, 2020